Wo wir auf die Heizungsmacher gekommen sind, ist, dass ich verschiedene Firmen angefragt habe und auch Affärten eingeholt habe. Ich war aber noch nicht zufrieden mit ihnen. Ich bin weiter im Internet zu schauen. Plötzlich bin ich auf die Heizungsmacher gestossen. Da habe ich mich unumgehend gemeldet und so kam alles ins Rollen. Nachher bekam ich ein Mail zurück. Wir haben aber auch per Telefon Kontakt aufgenommen und schnell zu einem persönlichen Treffen vor Ort bei uns zu Hause abgemacht, das innerhalb kurzer Zeit stattgefunden hat. Das war alles sehr positiv. Die ganze Abwicklung und Telefongespräche und das Treffen, dass wir uns für die Heizungsmacher entschieden haben. Wir haben uns für die Wärmepumpe entschieden, weil wir von den fossilen Brennstoffen weg wollten. Dass die Wärmepumpe für uns die Zukunft ist und in eine andere Richtung wollten wir gar nicht gehen. Die Umsetzungsphase und die Zufriedenheit waren optimal. Nachdem wir uns entschieden haben, mit den Heizungsmachern zu arbeiten, haben sie auch direkt die Geräte bestellt. Und wir konnten das in einer kürzesten Zeit realisieren. Und wir hatten ein super Team im Haus, das super gearbeitet hat und gefragt hat. Oder auch wenn wir Fragen hatten, haben sie immer gerade Zeit gefunden. Und wir haben uns das angeschaut. Wir waren wirklich positiv überrascht und können es nur weiter empfehlen. Bis zum nächsten Mal.